ETF-Sparplan steuerlich absetzen und jedes Jahr tausende Euro an Steuern sparen, ist das möglich? Es wird immer wieder im Internet damit geworben, dass man ETF-Sparpläne steuerlich in größerem Umfang absetzen kann. Was steckt hier dahinter? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbilder-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich hier bestimmte Themen sehe oder wir schauen uns an, was passiert auf der Zinsseite. Da ist aktuell ja viel Dynamik drin und besprechen dann, was das für dich bedeutet als Privatanleger. Und wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über die mögliche steuerliche Absetzbarkeit von ETF-Sparplänen. Es wird immer wieder im Internet damit geworben, zum Beispiel auf Instagram, dass da eine Anzeige eingeblendet wird, wo dann geschrieben wird, dass man ETF-Sparpläne steuerlich absetzen kann mit einer bestimmten Vorgehensweise, die dann zum Beispiel auch Privatanleger gar nicht in der Breite kennen, dass wo es eine Richtung in der Anzeige steht, dass dann geschrieben wird, dass man dadurch sich tausende Euro pro Jahr vom Finanzamt zurückholen kann und dass man jetzt hier das anklicken soll, sich dann eintragen kann, beispielsweise ein Kennenlerngespräch oder was auch immer vereinbaren kann mit dem jeweiligen Finanzberater, Finanzvermittler und da besprechen wir heute, ist das Ganze seriös, also was steckt da eigentlich dahinter, dass jetzt hier mit dieser steuerlichen Absetzbarkeit von ETF-Sparplänen auch immer stärker geworben wird und da gehen wir heute rein in dieses spannende Thema. Wann immer du davon liest, dass ein ETF-Sparplan, dass der steuerlich in größerem Umfang abgesetzt werden kann, dann geht es um ein bestimmtes Versicherungsprodukt. Es geht dann um einen bestimmten Versicherungsmantel und innerhalb von diesem Versicherungsmantel, dort gibt es Anbieter, die es einem dann anbieten, dass man auch ETFs als Produkt wählt, das heißt, dass man den Beitrag zu dieser Versicherung, zu diesem Versicherungsmantel, dass man dort dann das auch in ETFs steckt, aber innerhalb von dieser Struktur. Das heißt, dieses Versicherungsprodukt steht da dahinter und das ist die sogenannte Rürup-Rente. Die Rürup-Rente, das ist ein privates Altersvorsorgeprodukt, das im Gegensatz zur gesetzlichen Rente auf einer Kapitaldeckung basiert. Das schlägt von der konzeptionellen Idee, schlägt es in die gleiche Richtung wie auch die Riester-Rente, die ist gestartet 2002, einige Jahre später, dann ist die Rürup-Rente gestartet worden. Konzeptionell geht es ja darum, dass der Gesetzgeber gesagt hat, sich überlegt hat, jetzt müssen die Leute auch mehr privat machen. Das heißt, sie dürfen sich bei der Altersvorsorge nicht so stark auf den Staat verlassen, das heißt, sie müssen privat vorsorgen, das war die Idee zu Riester, das war dann auch die Idee zu Rürup, dass man dort dann noch ein Produkt hat, was man anbietet, was sich dann auch stark an Personen richtet, die jetzt nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, die keinen Zugang zu Riester haben, die dort die Kriterien nicht erfüllen. Das heißt zum Beispiel der gutverdienende Selbstständige, der nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt, der nicht in ein Versorgungswerk einbezahlt, der dann über die Rürup-Rente aber privat vorsorgen kann, mit einem entsprechenden Steueranreiz. Das heißt, in diese Richtung geht die Thematik. Zum Thema Rürup-Rente hatte ich bereits vor einigen Jahren eine Podcast-Folge veröffentlicht, 2018 war das und das ist also die Zielgruppe der Selbstständigen, wobei auch Angestellte, Beamte oder Freiberufler eine Rürup-Rente abschließen können. Der Clou an der Geschichte ist, dass du in der Ansparphase, dass du dort große Steuervorteile realisieren kannst, deswegen auch die Zielgruppe von dem besser verdienenden Selbstständigen, sag ich mal, der dort dann auch maximal profitieren kann von dieser höheren steuerlichen Absetzbarkeit, von den Beiträgen und das geht dann auch in die Richtung von den ETF-Sparplänen. Das heißt, dass die im Rahmen von diesem Mantel eben bis zu einem relativ großen Betrag dann jährlich abgesetzt werden können und genau das besprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Bei einer Rürup-Rente, da kannst du in der Ansparphase, wenn wir uns mal die Daten für dieses Jahr anschauen, für 2023, da kannst du in der Ansparphase maximal als Vorsorgeaufwendung bis zu 26.528 Euro steuerlich absetzen beziehungsweise das Doppelte bei Zusammenveranlagten. Das heißt, das ist dann schon ein Wort. Wenn du also diese Summen absetzen kannst, wenn du das im Rahmen deiner privaten Altersvorsorge über ein solches Vehikel einsetzt, weil wenn du zum Beispiel dir überlegst, dass du einen Grenzsteuersatz, sagen wir, von 42% hast und du würdest jetzt die Maximalsumme einbezahlen, also diese 26.528 Euro, wenn wir jetzt bei einer einzelnen Veranlagung bleiben, dann reden wir hier über eine Steuersparnis von über 10.000 Euro. Das heißt, das klingt auf den ersten Blick erstmal extrem interessant, weil man unmittelbar einfach sehr viel Steuern sparen kann und hier sind die Beträge auch wesentlich höher im Vergleich zur Riester-Rente, was eben steuerlich abgesetzt werden kann und da muss man noch berücksichtigen, wenn du jetzt zum Beispiel angestellt bist oder wenn du in ein Versorgungswerk einbezahlst, dann wird dann das, was du dort bezahlst, das wird angerechnet auf diese Vorsorgeaufwendung. Das heißt, das ist der Maximalwert. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand selbstständig ist und nirgendwo einbezahlt, dann könnte die Person tatsächlich diesen Maximalbetrag nehmen und dann in diese Riester-Rente investieren und dann dort ETF-Sparpläne auswählen, das wäre der Maximalbetrag. Ansonsten, wenn du eben noch in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlst oder wenn du zum Beispiel im Versorgungswerk bist, dann musst du das noch absetzen oder abziehen von dieser Summe, was du dann insgesamt maximal absetzen kannst. Aber das ist auch so die Hauptvermarktung, wenn du davon liest eben diese hohe steuerliche Absetzbarkeit, dass man einfach unmittelbar, wenn man sehr gut verdient, dass man unmittelbar dort dann sehr viel Steuern sparen kann und das ist nicht alles, sondern es gibt auch noch Steuervorteile im Rahmen von dem Rürup-Mantel. Das heißt, dass sämtliche Kapitalerträge während der gesamten Laufzeit von der Abgeltungssteuer, dem Solidaritätszuschlag und der Kirchensteuer befreit sind und das sind dann die zwei Hauptargumente in der Vermarktung von diesem Vehikel. Also Beträge kannst du absetzen und das, was dann investiert ist, auch das ist dann steuerfrei im Rahmen von diesem Mantel. Die Rentenzahlungen aus dem ETF Rürup, die werden nachgelagert besteuert und zwar dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz und dort ist ja die Überlegung, dass in der Tendenz in der Rente der Einkommensteuersatz geringer ist im Vergleich zum Einkommensteuersatz während dem Erwerbsleben und dort ist es so, dass die Besteuerung der Rürup-Rente, dass die parallel verläuft zu den Sätzen der gesetzlichen Rentenversicherung und die Höhe des zu versteuernden Anteils hängt davon ab, in welchem Jahr man die erste Rentenzahlung bekommt, alle Rentenzahlungen, die nach 2040 beginnen, die müssen dann vollständig versteuert werden. Das Prinzip nennt man eine sogenannte nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, dass also das erst später erfolgt, dann wenn man in Rente ist. Das klingt auf den ersten Blick extrem lukrativ, vor allem eben für die Kernzielgruppe, das heißt für die Selbstständigen, die erfolgreich sind, die sonst nirgendwo einbezahlen, dass die eben dort eine hohe steuerliche Absetzbarkeit haben. Jetzt muss man natürlich wissen, dass wenn es eine hohe steuerliche Absetzbarkeit gibt, dass es auch eine bestimmte Lenkungswirkung hat, dass es dann auch bestimmte Kriterien gibt, was dann dieser Mantel erfüllen muss, damit dann der Staat sagt, okay, dann bekommst du diese Absetzbarkeit. Das heißt, wir tauschen das ein. Also, wir haben diese Absetzbarkeit, aber dafür bezahlen wir auch einen Preis, weil wir bestimmte Parameter akzeptieren müssen. Und die Steuervorteile der Rürup-Rente, die sind unter anderem an folgende Bedingungen geknüpft, und zwar, dass im Vertrag der Rürup-Rente, dass da die Auszahlung einer monatlichen Leibrente, also von wiederkehrenden Zahlungen, vereinbart ist. Das heißt also, wenn du jetzt einbezahlst, über fünf Jahre, über zehn Jahre, über zwölf Jahre, und dann sagst du plötzlich, halt, jetzt brauche ich das Geld. Jetzt würde ich damit etwas anderes machen. Jetzt habe ich eine noch bessere Idee, um privat fortzusorgen, oder du benötigst das Kapital einfach, dann ist das nicht möglich. Das heißt, es gibt nur die Variante, dass du das dann in Form von einer Rentenzahlung monatlich bekommst. Und wenn man sich jetzt die steuerliche Absetzbarkeit ansieht, die man hat, während dem Erwerbsleben, dann ist das natürlich erstmal sehr interessant, weil man direkt sehr viel Steuern sparen kann. Man muss aber berücksichtigen, dass das Geld eben dort dann investiert ist, und man nicht mehr rankommt an die Summe, sondern nur das Ganze dann in Form von einer monatlichen Rente bekommen kann, aber auch erst ab einem bestimmten Alter. Und am Ende ist es natürlich so, dass auch wenn heute jemand als Selbstständiger erfolgreich ist, das ist ja keine Garantie, dass das in fünf, in zehn, in zwölf Jahren noch so ist. Das heißt, die wirtschaftlichen Bedingungen können sich verändern, und dann kann es ja sein, dass man das Geld dann doch benötigt, dass man andere Pläne hat, und das ist dort dann einfach nicht möglich. Das heißt, das ist ein Faktor, beispielsweise eine Bedingung. Und dann eben, wie gesagt, dass die Summe nicht einmalig ausgezahlt werden darf, auch nicht zum Rentenantritt. Also auch wenn du 62, 65, 70 bist, du kannst da nicht wählen, Rente, Einmalzahlung, sondern es gibt nur die Rente, es gibt nur die wiederkehrende Zahlung, und die Rentenzahlung darf frühestens mit dem 62. Lebensjahr beginnen. Bei Verträgen, die vor 2011 abgeschlossen wurden, gilt das 60. Lebensjahr. Das heißt, auch dort keine freie Wahl, ob du mit 50 in Rente gehen willst, mit 55. Nein, es geht erst ab diesem Alter, keine Einmalsumme, monatliche Zahlungen, und dann natürlich generell, dass das Ganze nicht in Eigenregie erfolgen kann, in dem Sinne, dass man das selber bei einem Depot hat, bei einer Dreckbank, wo das dann vielleicht irgendwie gesperrt werden wird, oder ähnliches. Nein, man braucht dann ein Vehikel. Man braucht also eine Versicherungsgesellschaft, einen Anbieter, der dann genau das schnürt, damit das dann akzeptiert wird vom Gesetzgeber, dass man dann eben diese großen Summen in der Ansparphase steuerlich absetzen kann. Das heißt, man braucht also noch weitere Akteure, es kommt dann mehr Komplexität rein. Wenn wir uns anschauen, was sind generell die Nachteile, dann ist es natürlich das Thema der Flexibilität. Das heißt, das eingezahlte Geld, das kann nicht wieder zurückgeholt werden. Wir haben etwa zusätzliche Kosten für die Struktur. Das heißt, wir haben eben diesen weiteren Player. Wir haben eine Versicherungsgesellschaft, die das anbietet. Wir haben mehr Komplexität. Auch wenn du überlegst, lohnt sich das für mich? Lohnt sich das nicht für mich? Dann gibt es natürlich hier mehrere Fragestellungen. Das ist schon die Fragestellung, wie lange wirst du so gut verdienen? Wird das für immer so sein? Wirst du irgendwann andere Wege gehen? Wirst du dann weniger verdienen? Also was wird überhaupt die Summe sein, die du einbezahlen kannst? Was sind dann die Steuervorteile? Dann natürlich auch, wie entwickelt sich die Anlage? Dann natürlich auch, wie lange lebst du überhaupt? Auch ein großer Punkt. Dann natürlich auch, was ist eigentlich das Privatleben? Das heißt, möglicherweise möchte man irgendwann Gelder verschenken vorzeitig. Auch das ist dort natürlich nicht möglich. Das heißt, es ist ja dann geparkt in diesem Vertrag, in dieser Struktur und steht dir in Form von Rentenzahlungen zu. Die Vererbbarkeit ist extrem eingeschränkt. Das heißt, auch das kann ein Faktor sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel hier große Summen einbezahlst, jedes Jahr über 10, 15, 20 Jahre, dann werden es auch große Summen. Und natürlich kann sich hier die Präferenz verändern, was du damit vorhast. Und hier bist du einfach dann schon in ein bestimmtes Korsett gespannt und kannst dort einfach nicht so einfach raus. Und dann auch die steuerlichen Rahmenbedingungen. Das heißt, heute sagen wir, okay, das Ganze kann jetzt eben abgesetzt werden und es ist dann nachgelagert besteuert. Das, was im Vertrag ist, das ist steuerfrei. Hier muss man auch sagen, das ist aktuell der Fall. Niemand weiß, was in 10, was in 15, was in 20 Jahren ist. Niemand weiß, was wird der Kapitalbedarf vom Staat noch sein beziehungsweise, das wissen wir schon, der Kapitalbedarf wird eher mehr sein. Das heißt, die Kreativität des Staates, weitere Wege zu finden, wie man Steuern einnehmen kann, diese Kreativität ist definitiv systemimmanent. Das heißt, da wird man immer mehr schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Also niemand kann heute ausschließen, was da noch kommen mag. Und natürlich ist man eingenagelt in die Struktur. Das heißt, du kannst nicht sagen, du bist jetzt strukturell komplett unzufrieden. Du möchtest mit 50 auswandern, mit 55 und nimmst alles mit, was du hast. Das heißt, du nimmst alles mit. Wenn du jetzt dort 20 Jahre große Summen einbezahlt hast und das ist zum Beispiel auch ein großer Block von deinem Vermögen, was dann in diesem Vertrag enthalten ist, dann ist es einfach in diesem Vertrag. Und da kannst du nicht einfach sagen, du nimmst jetzt dieses Geld mit, nimmst das Depot mit und gehst in die Schweiz oder wo auch immer hin. Also es kann sich halt viel verändern im Leben und hier hat man bestimmte Parameter, die man fest schon einschlägt und das kann einfach im Verlauf dann wirklich auch ein Nachteil werden. Dann eingeschränkte Verärbarkeit, hatte ich bereits gesagt. Dann der Anbieter könnte in Schieflage geraten. Das ist zwar Sondervermögen, aber auch dort gibt es dann Unwägbarkeiten. Was für Anbieter wird es dann noch geben in 10 Jahren, wenn zum Beispiel das unattraktiver wird, beispielsweise für Anbieter. Was wird es für Übertragungskosten geben? Welche Optionen wirst du dann haben? Also auch dort könnte es natürlich zu Situationen kommen, die dann für dich unvorteilhaft sind. In jedem Fall kann man das natürlich nicht ausschließen. Das heißt also, es gibt viele Parameter, die auch dagegen sprechen. Auch beispielsweise, dass man ein entsprechendes Alter erreichen muss, damit es sich lohnt. Und auch die Berechnung, das hatte ich schon ein Stück weit gesagt bei der Komplexität, die Berechnung, dass man sagt, was sind die Steuervorteile, zum Beispiel, dass wir sagen, 42% der Einzahlung bekommst du vom Finanzamt. Wenn wir sagen, 42% ist dein persönlicher Grenzsteuersatz, nehmen wir dies an, dann kommt ja trotzdem noch mehr als die Hälfte von deinem Geld. Also mehr als die Hälfte kommt weiter aus deiner Tasche. Und wenn du dann versuchst, das zu berechnen, dann hast du einfach gewisse Annahmen, eben wie alt wirst du, deine persönlichen Präferenzen, wo willst du wohnen, etc., etc. Also man kann das nicht abschließend sicher beantworten, dass sich das aufgrund von diesem großen Steuervorteil, der unbestritten groß ist, dass sich das definitiv lohnen wird. Es bleibt trotzdem noch, weil es ja zukunftsgerichtet ist und die Zukunft per Definition unsicher ist, bleibt es noch bei Unwägbarkeiten. Und am Ende ist es dann eine Frage, was sind die eigenen Präferenzen? Also wenn man zum Beispiel sagt, mir hilft es sogar, dass ich hier zwangsdiszipliniert werde, dass ich Geld nehme, ich bezahle das wo ein und komme da nicht mehr ran. Das hilft mir beispielsweise. Das kann auch eine Position sein, wo man dann sagt, man sieht das als Vorteil. Oder man sagt, man hat auch das Thema Langlebigkeitsrisiko, dass man zum Beispiel mit einer großen Wahrscheinlichkeit aufgrund der Verwandten, wenn man sich anschaut, wie alt sind die geworden, dass man sagt, mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird man auch sehr alt, weit über 90 beispielsweise, dass das auch ein Thema sein kann, weil natürlich bei einem solchen Vertrag, wie auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung, wie auch bei einem Versorgungswerk, übernimmt die Struktur das Langlebigkeitsrisiko. Das heißt, kann auch ein Faktor sein. Die Steuervorteile sind ganz klar natürlich hier die Hauptvorteile. Darüber erfolgt auch ganz klar die Vermarktung, weil das natürlich auch die Leute anspricht. Deswegen wirst du auch das in den Anzeigen sehen. Genau der Slogan, dass ETF-Sparpläne steuerlich abgesetzt werden können und man aber nicht sagt, wie das Produkt heißt und das erst dann später im Verlauf kommt. Das heißt, das ist genau der Aufhänger, weil einfach Steuerersparnis, das zieht immer und das ist ja auch ein Vorteil, aber man muss immer anschauen, was kaufe ich mir damit ein? Und dann musst du überlegen, passt es in Summe für dich noch? Und das sollte man dann aus meiner Sicht auch wirklich die Nachteile ganz genau anschauen und etwaig, wenn überhaupt sagen, dass man das halt als kleinen Baustein, als kleine weitere Diversifikation beispielsweise noch nimmt. Das kann ein Thema sein, weil man eben ja auch die Unwägbarkeiten hat und theoretisch kann es sich dann ja auch voll auszahlen. Aber ich persönlich wäre jetzt da zurückhaltend, auf so einem Konstrukt alles aufzubauen oder große Summen aufzubauen in Relation zu deinem Gesamtvermögen, weil es eben doch auch einige Nachteile gibt. Aber das ist sehr, sehr individuell. Man muss da einfach wirklich erstmal ein bisschen wegkommen, dass man nur sagt, wegen dem Steuervorteil wird es sich automatisch lohnen, sondern dass man wirklich dann alle Aspekte anschaut und das dann wirklich individuell für sich persönlich abwägt. Das war heute das Thema und jetzt nochmal ganz kurz, was waren heute die Lessons learned? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns darüber unterhalten, wie man ETF-Sparpläne steuerlich absetzen kann und zwar wird das immer wieder beworben und da gibt es dann ein Produkt, einen Versicherungsmantel, die Rürup-Rente und hier gibt es einfach einen Rürup-Fonds-Sparplan, wo man dann ETFs als Produkt wählen kann und da geht es also vor allem auch um die Zielgruppe der Selbstständigen, aber auch als Angestellter, Beamter, Freiberufler kann man eine Rürup-Rente abschließen. Es gibt hier große Summen, die man steuerlich absetzen kann und zwar 2023 als Vorsorgeaufwendung bis zu 26.528 Euro beziehungsweise das Doppelte bei Zusammenveranlagten. Das heißt, man kann im Extremfall über 10.000 Euro an Steuervorteil direkt realisieren, dann innerhalb der Struktur ist es auch steuerfrei und dann erst am Ende bezahlt man die Steuer nachgelagerte Besteuerung, das heißt, wenn man in Rente ist, wo in der Tendenz dann auch der Steuersatz geringer ist. Wir haben die Aspekte gesehen, die dann auch das Produkt erfüllen muss, also wir haben natürlich einen weiteren Player, wir haben die Versicherung, die dann diese Struktur einem anbieten muss, damit überhaupt der Staat erst sagt, das ist dann hier alles erfüllt und dann bekommst du auch diesen Steuervorteil, sei es, dass dann zum Beispiel auch das Ganze als Rentenzahlung erfolgen muss, sei es, dass du ein bestimmtes Alter haben musst, etc. Und wir haben die Vorteile und Nachteile besprochen, das heißt, man muss sich das schon genau anschauen und nicht vorschnell sagen, nur wegen den Steuervorteilen, dass man es abschließt, weil man eben aufgrund der Steuervorteile auch einige Nachteile akzeptieren muss und das ist dann eine Abwägungsfrage, inwieweit es ein kleiner Baustein als Anleger sein kann. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Benjamin Graham. Geduld ist die oberste Tugend des Investors. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.